Der Totwinkelassistent warnt den Fahrer, wenn sich ein anderes Fahrzeug auf der Parallelspur im toten Winkel des Außenspiegels befindet. In diesem Fall leuchtet eine rote LED im betreffenden Außenspiegel auf. Übersieht der Fahrer diesen Hinweis und setzt den Blinker, beginnt die LED-Leuchte zu blinken. Das System wird über das Multifunktionsdisplay aktiviert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017